In zwei Monaten ist er die Europameisterschaft. Und mir ist aufgefallen, wir haben ein dickes Problem. Möchtest du euch sagen, was? Die hier. Ey. England ist schlimmer als Frankreich. Frankreich der Mbappé. Okay, vielleicht der beste Spieler auf der Welt aktuell, vielleicht. Aber Englands Team, ne? Wir fangen bei Foden an. Der vor ein paar Tagen locker ein Hattrick geschossen hat. Weil mittlerweile 31 Skoran ist diese Saison. 31 Skoran. Letzte Saison war schon krass von ihm. Und dieses noch krasser. Foden. Okay? Palmer. Cole Palmer. Er hat gangstes Talent aktuell auf der Welt. Vor zwei Tagen Hattrick geschossen gegen United. Mit auch 30 Skoran diese Saison. Als 21-Jähriger. Denkt nicht, ob den vergessen? Der größte Crackhead von den dreien. Bellingham. Jude. Auch so nebenbei. Auch so nebenbei. Real Madrid, Topscorer. Nur von Seite. Bruder, was passiert da? Im Mittelfeld. Declan Rice, dieser Milo von United, der aktuell auch geistkrank ist. Saka dürft ihr auch nicht vergessen. Er hat diese Saison auch schon 30 Skorer hat. Und der beste Torschützer auf der Welt aktuell. Kannst du dir vorstellen? England.